Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Portal-Tagen im Zeitraum von 8. bis 17. Februar 2019 nach Maya-Kalender Die Portal-Tagen kommen von Maya-Kalender Die Mayas haben ein sehr präzises Kalendersystem Sie haben die Natur beobachtet, sie haben die kosmischen Einflüsse beobachtet Sie haben auch die wiederkehrenden Zyklen beobachtet Und so entstand ihren Kalendersystemen Es gab mehrere Kalender Leider wurde durch die Inquisition ein Teil davon zerstört Und wenn ich die Portal-Tagen höre, wie das erklärt wird Dann denke ich, jetzt wird die Rest auch noch zerstört Weil das hat mit Maya-Kalender gar nichts mehr zu tun Obwohl, die Quelle ist wirklich diese Berechnung, diese Kalender Und das könnt ihr so verstehen Es gibt mehrere Kalendersysteme Und eine, was die Mayas benutzt haben, war die Kalender für den Alltag Und gab einen spirituellen Kalender in einer höheren Ebene Und diese Portal-Tagen sind Tage, wo die beiden Kalendersystemen Berechnungen zusammenpassen Und damit öffnet sich eine neue Tür zu einer höheren Schwingung Und das sind die Chancen und Möglichkeiten zu einem höheren Bewusstsein Oder die Verbindung zum Göttlichen Aber auch die Verbindung zum Ahnen, zum Verstorbenen, zum Anderen Seelen Und das sind diese Portal-Tage Heute ist 14. Februar 2019 Und übergehen wir in eine neue Welle Und das ist die sechste Welle Und heißt Kämme Diese Wellen sind nichts anderes als Schwingungen, Töne, Frequenzen Und jetzt sind wir in dieser sechsten Welle Und das dauert 13 Tage Das ist ein Zeitabschnitt Und die Zahl 13 ist eine heilige Zahl bei den Mayas Diese 13 Tage, so lange dauert diese Welle Ist für uns, so können wir vorstellen, wie unseren Wochentagen Nur dass eben nicht für sieben Tagen besteht Sondern 13 Tage Ein Zeitabschnitt in diesem Kalendersystem Und dieser neue Zeitabschnitt beginnt heute Und jetzt beginnt die sechsten Welle Und wirkt hier bei diesem Zeitabschnitt Jetzt die Luftelement Die Luftelement zeigt uns Leichtigkeit Bringt uns zu neuen Gedanken Die Kommunikation wird auch sehr wichtig Immerhin die Worten werden durch Luftelement vermittelt Diese neue Welle beginnt mit dem Zahl 1 Und das ist wie ein Neubeginn Und diese Zahl 1 bedeutet, so wie die Mayas das beschreiben Wie eine Einheit Aber symbolisiert auch ein Neubeginn Ein neuer Start Und bedeutet auch die Quelle Diese Zahl 1 ist nicht nur die Quelle Und wir können von dieser Quelle auch schöpfen Das ist nichts anderes als unsere Intuition Sondern mit dieser inneren Kraft können wir etwas Neues starten Die Zahl 1 bedeutet auch Einheit Und bedeutet außerdem Prioritäten Setzen auf den Wesentlichen, Konzentrieren Diese neue Welle Diese sechste Welle heißt Chimie Und Chimie ist der Herrscher in diesem ersten Tag Also diese Chimie, diese Energie oder Zeichen Können wir als Zeichen nennen Diese Zeichen beschreibt nicht nur den heutigen Tag Weil wir starten mit Chimie Sondern beschreibt die ganze Thematik Diese 13 Tage, was jetzt folgt Chimie bedeutet übersetzt Tod Heißt aber nicht Todesfällen Sondern bedeutet etwas beenden Von etwas trennen Loslassen Weil erst dann begeben wir uns in diese Wandlung Und diese Welle, diese sechste Welle Bedeutet ein Neuanfang, ein Neubeginn, eine Wandlung Aber damit das begonnen kann Müssen wir etwas aufopfern Etwas loslassen Von etwas verabschieden Trennen, kündigen Und das symbolisiert Diese Zeichen Chimie Was übersetzt Tod bedeutet Es ist auch wichtig Bei dieser Welle Dieses Loslassen Dieser Wandel Diese Transformation Aber auch unseren Angst Zweifel Unsicherheit Überwinden Dann ist es auch wichtig Dass wir eine Brücke bauen Für eine neue Welt Und begeben wir uns Für einen Neuanfang Begeben wir uns Für eine Veränderung In dieser Zeit In dieser sechsten Welle Werden wir Alten Muster Alten Rollen Alten Gedanken Verändern Oder wir werden das ablehnen Wir werden etwas zurücklassen Und begeben wir uns Zu diesem Erneuerungsprozess Und wenn wir das loslassen können Kommen wir in einem anderen Bewusstsein Was wichtig ist In dieser Welle Aber auch den heutigen Tag Bei diesem Chimienergie Dass wir uns die Gegenwart leben Nicht zu viel nachdenken Was war in Vergangenheit Sondern das wirklich abschließen Loslassen Und auch nicht zu viel nachdenken Was kommt in Zukunft Sondern in Vertrauen bleiben In dieser Wandlung Da bewegt sich etwas Da verändert sich etwas Und wir spüren die Kraft Wenn wir die Gegenwart leben Und das ist schon Ein anderes Bewusstsein Worauf wir noch achten sollen Im inneren Gleichgewicht Wir brauchen gerade Diesen Balance In dieser Welle Was heute beginnt Und dauert 13 Tage lang Im dritten Tag Und das wird 16. Februar sein Ist eine sehr starke Energie Eine besondere Energie Weil das gibt Wieder eine Kraft Für etwas Aussehen Etwas Beginnen Was auch Früchte trägt Und das wäre Der idealen Zeitpunkt Etwas Neues Auch starten Und jetzt bei Chemienergie Sind wir bei Plan Bei diesem Neubeginn Bei diesem Loslassen Und starten Wäre der ideale Zeitpunkt Am 16. Februar Wir haben auch Mond Energie Mondeinfluss Und das zeigt Hier Eb Und das ist die gelbe Mensch Und Eb Dieser gelbe Mensch Sagt für unseren heutigen Tag Wir sollen handeln Wir sollen ein Meister sein Und Wir sollen auch Unser Bewusstsein erweitern Richtig handeln Den Tag beherrschen Zeigen Dass wir Meister sind Und Bedeutet auch Die freien Wille Wir wechseln gerade In einen anderen Ebenen Was diese Linse Symbolisiert Und das war Der heutige Portal Tag Ich bedanke mich Für das Zuschauen Mein Name ist Dendera Susanna Medici Herzlich Willkommen In diesem kurzen Info Video Und damit möchte ich Euch informieren Ich habe ein Video gemacht über Die Geheimnisse Deines Lebens Und diesem Video Erkläre ich Was war In früheren Leben Was ist Karma überhaupt Was passiert Nach dem Tod Was ist das Sinn des Lebens Was bedeutet Eine Seelenreise Und Wann beginnt Das Leben Überhaupt Also volle Geheimnisse Diese Video werde ich Nicht veröffentlichen Aber es besteht Die Möglichkeit Diese Video Zu bekommen Dann schreibt mir Bitte ein E-Mail Und ihr bekommt Die Link Zu diesem Aufnahmen Diese Video Ist gratis Und führt euch Bitte Zu nichts Verpflichtet Ich bedanke mich Voraus Für die Interesse Ich bedanke mich Für das Zuschauen Mein Name ist Dendera Susanna Medici Pfeffer có Eine Die Men Vielen Dank.